Guten Mittag aus den Niederlanden. Ich aus Holland. Ich bin in der Region Twente beim FCN-Schnitt. Ich kommentiere immer weiter die holländische Liga-Versuchs. Ich komme immer ein bisschen raus, aber habe jetzt wieder eins mehr. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Die FC Twente-Fans haben eine Freundschaft mit dem FC Schalke. Vielleicht sind da heute ein paar da, weil die haben gestern gespielt. Ich bin zufrieden, wenn es holländisches Essen gibt. Es sieht alles ganz gut aus. Ich bin gespannt, zeige euch ein bisschen was davon. Körser Körser Das war's. Ja! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR